Ich lerne Deutsch. Nummer 15.521 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Surfen im Internet ist so interessant, dass ich dabei manchmal mein Studium vergesse. Die Fähigkeit eines Unternehmers zur Führung eines Betriebes ist eine Kombination aus Wissen, Können und Ausstrahlung. Die Fähigkeit eines Unternehmers zur Führung eines Betriebes ist eine Kombination aus Wissen, Können und Ausstrahlung. Wonach sucht er? Warum ist er so aufgeregt? Weißt du, worum es geht? Wonach sucht er? Warum ist er so aufgeregt? Weißt du, worum es geht? Wonach sucht er? Warum ist er so aufgeregt? Weißt du, worum es geht? Die Ozeane bedecken etwa 71% der Erdoberfläche und enthalten mehr als 97% der Erdoberfläche und enthalten mehr als 97% des Wassers der Erde. Diese geografische Information ist beeindruckend und zeigt die Bedeutung der Ozeane für das globale Wassersystem. Achtung! Der Boden ist nass. Benutze einen anderen Weg. Nicht hier entlang gehen. Achtung! Der Boden ist nass. Benutze einen anderen Weg. Nicht hier entlang gehen. Achtung! Der Boden ist nass. Benutze einen anderen Weg. Nicht hier entlang gehen. Respekt ist eine wichtige Eigenschaft. Sie ist in allen Lebensbereichen von Bedeutung. Respekt ist eine wichtige Eigenschaft. Sie ist in allen Lebensbereichen von Bedeutung. Respekt ist eine wichtige Eigenschaft. Sie ist in allen Lebensbereichen von Bedeutung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Soll Atmen! Sollt! Sollt! Vielen Dank.